Heute kommen wir zu dem dritten Teil meiner Zeitkapsel. Ich habe ja vor meiner Weltreise Fragen an mich selbst aufgenommen, die ich jetzt ein halbes Jahr später geöffnet habe und über die ich jetzt mit euch ganz einfach reden möchte. Schaut euch die ersten zwei Teile gerne nochmal an. Ich mache jetzt einfach an der Stelle weiter, wo ich im zweiten Teil aufgehört habe. Und das gucken wir jetzt mal, was da kommt. Der Punkt Abenteuer, ein weiterer wichtiger Punkt deines Kanals, den du dir gerade aufbaust. Welche Aktivitäten bei Abenteuer hast du übernommen, hast du unternommen, die du vorher niemals für möglich gehalten hättest? Welche Momente haben dich am meisten zum Lachen gebracht? Bereust du irgendetwas, etwas bisher gemacht oder nicht gemacht zu haben auf deiner Reise? Also was hast du erlebt und was sind diese besonderen Momente, die man vielleicht gar nicht in so einem Foto festleiten kann, die einfach in der Erinnerung bei dir weiterleben werden? Ja, Abenteuer, was hätte ich vorher niemals für möglich gehalten? Ich habe ja unheimliche Höhenangst. Und als ich das erste Mal auf so einem Glasboden stand, in 400 oder 300 Metern Höhe dann wahrscheinlich, das war auf dem KL Tower in Kuala Lumpur, ich hätte es vorher niemals für möglich gehalten, dass ich dort oben stehe. Dann auch in New York im One-Wander-Build stand ich auch wieder auf so einem Glasboden, da gibt es auch Fotos davon. Und das hätte ich niemals für möglich gehalten, dass ich das mache. Oder auch, wo ich jetzt im Vardirum über The Bridge gelaufen bin, auch das ist eigentlich so ein Ding, wo ich vorher gesagt hätte, da kletter ich niemals hoch. Ich habe es aber gemacht, einfach machen und da war ich mit dabei und alles ist gut. Und also Dinge, die ich wirklich niemals für möglich gehalten hätte dabei. Und ja, besondere Momente, die mich zum Lachen gebracht haben, ja, das waren halt immer, wenn ich dann mit irgendwelchen Menschen unterwegs war und wir echt wirklich super viel Spaß hatten. Und ja, man muss nicht alles erzählen, es gibt nicht von allen Videos, es gibt nicht von allen Fotos. Das ist manchmal auch ganz gut so. Von daher, die Dinge haben mich manchmal auch wirklich sehr zum Lachen gebracht und ich habe viel Spaß gehabt dann. Ein Herzensthema von mir, Klima, Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit. Wo bist du auf guten und wo auf schlechten Umwelt- und Klimaschutz betroffen? Du hast dir ja vorher auch Gedanken gemacht, ob du in irgendwelchen Unterkünften unterkommst, die dann besonders gut bewertet sind mit Nachhaltigkeitsrating beim Booking zum Beispiel. Was ist dir in diesen Unterkünften zum Beispiel aufgefallen? Was ist dir aber auch in der Umwelt aufgefallen? Wie gehen die Menschen vor Ort damit um? Wie ist es in den anderen Kulturen um Klima- und Umweltschutz gestellt und um soziale Gerechtigkeit? Wo war vielleicht besonders viel Müll und wie bist du dann in diesen Situationen damit umgegangen? Das interessiert mich vor allem auch. Wie hat sich deine Wertschätzung für die Schönheit der Natur und des Planeten insgesamt erweitert? Ja, das ganze Thema Klima. Ich hatte, glaube ich, in meinem Klimavideo auch gesagt, dass ich mir eine Plastiktüte mitnehme und dann Müll sammeln werde, wenn ich das irgendwo sehe. Entweder waren die Städte sauber, sowas wie zum Beispiel in Tokio. Oder aber es lag so viel Dreck rum, dass man gar nicht gewusst hätte, wo man überhaupt anfangen soll. Also ich habe selbstverständlich darauf geachtet. Ich habe hier und da auch Videos da mal davon gemacht, wenn es extrem dreckig zum Beispiel war. Und es ist sehr unterschiedlich ausgeprägt alles. Wir sind in den westlichen Zivilisationen, also inklusive Japan und Australien, Neuseeland, sehr weit vorne mit dem Thema Umweltschutz. Auch wenn wir in Deutschland immer noch mehr machen können. Wir können immer noch mehr machen. Und ich habe auch sehr viele Notizen dazu gemacht. Und ich würde ganz einfach sagen, es gibt eine Hälfte der Welt, die ist wirklich ganz hinten dran noch mit dem ganzen Thema Umweltschutz und Klima. Müllverbrennung, private Müllverbrennung und sowas. Gerade in den Ländern des globalen Südens ist das ein großes Thema. Wo wir in Europa wirklich sehr weit vorne sind dabei. Mülltrennung fällt mir hier zum Beispiel in Griechenland gerade als Tourist schwer. Ich sehe einfach nur normale Mülltonnen, wo ich einfach alles reinwerfen kann. Da war man in Lateinamerika streckenweise auch schon besser unterwegs, wo ich dann wirklich trennen konnte. Das vermisse ich teilweise jetzt auch hier dabei. Und was ist mir diesen Unterkünften aufgefallen, die jetzt nach Nachhaltigkeitsratings waren? Unterkünfte, ja, also was mir überall negativ aufgefallen ist, sind diese undichten Fenster und Türen. Und ich brauchte überall eine Klimaanlage, weil es sonst einfach nicht zu ertragen wäre. Man kann mal 30, 35 Grad in der Unterkunft nicht schlafen. Das geht einfach nicht. Und ich müsste das mal berechnen. Aber ich glaube, das würde, ich habe es glaube ich schon mal ein bisschen gerechnet, das würde durchaus einen Beitrag bringen, CO2 zu reduzieren, wenn man einfach nur alle Hotels und Motels weltweit richtig abdichten würde. Einen gewissen Anteil, ich habe es für mich einfach nur überschlagen. Als ich im Roadtrip war, hatte ich ein bisschen Langeweile gehabt, mir die Zahlen vorher ausgesucht, dann habe ich es gerechnet. Und es würde einen Impact bringen. Ey, dichtet alles mal vernünftig ab. Fenster und Türen ist ein Einmalinvest, aber ihr spart daran unheimlich dann für Klimaanlagen, weil die müssen in den Ländern, die ich bereist habe, einfach laufen. Weiter. Welche Begegnungen oder Gespräche haben deine Sicht auf soziale Gerechtigkeit und auch die globalen Probleme insgesamt auch nochmal verändert und erweitert? Ja, Thema soziale Gerechtigkeit, welche Gespräche, das war ganz am Anfang selbstverständlich das Gespräch bzw. der Besuch im Samaria Children's Care Center. Das hat mir ganz deutlich gezeigt, wo wir stehen, wo wir leben in Europa und was es in der Welt für wirkliche Probleme gibt. Und das ist wirklich das Kämpfen ums Überleben, das Kämpfen um Chancengleichheit, das Kämpfen um eine Perspektive im Leben. Und Perspektive im Leben heißt nicht, dass ich eine Karriere mache und noch ein Tausender mehr einstecke, sondern dass ich nicht auf der Straße lande. Und das ist halt auch die Realität in vielen Teilen der Welt. Und das hat die Ungerechtigkeit in der Verteilung, das hat das bei mir definitiv nochmal weiter getriggert. Das ist so eine Floske, die man vorher immer sagt. Das hat für mich alles Namen und ein Gesicht bekommen. Was ich auch in vielen Gesprächen gehört habe, dass der deutsche Pass wirklich extrem mächtig ist. Das wusste ich vorher auch schon. Kann man auch bei Passportindex und sowas alles nachschauen. Und wenn ich mir dann angucke, Menschen, die ich irgendwo getroffen habe, die auch nur das gleiche Reisebedürfnis haben, die auch nur Menschen sind, die auf dem Planeten Erde leben, die auch nur einen Korallenriff sehen wollen, die einfach nur eine Safari machen wollen, die einfach die gleiche Schönheit dieser Natur erleben wollen, die ich nach wie vor genauso finde und vielleicht noch ein bisschen beeindruckender, weil ich jetzt wirklich alles noch komprimiert gesehen habe. Ich glaube, die Frage kam vorher nochmal irgendwo. Die können es aber nicht, weil sie nicht überall hinkönnen mit ihrem Pass. Und das finde ich auch eine extreme Ungerechtigkeit, dass sowas einfach von dem Glück, wo man geboren ist, oder von dem Pech, wo man geboren ist, abhängt. Und letztlich sind wir alles Menschen, die frei reisen wollen. Und wir haben gemeinsam viel Spaß. Also ich habe viele Menschen kennengelernt, die wirklich aus aller Herren Länder kommen. Und da sind wir Menschen alle gleich, mit den gleichen Bedürfnissen. Und wir wollen halt alle nur die Welt sehen. Und das ist so ein bisschen die soziale Ungerechtigkeit, die hier durchaus auch ist. Und ich denke, sowas wolltest du wahrscheinlich hören, auch in so eine Richtung. Ja, machen wir weiter mit der nächsten Frage. Sonst rutsche ich hier komplett ab. Wie hast du dich um die sozialen Projekte gekümmert? Und wie oft hast du dabei auch welche unterstützt? Hey, momentan steht gerade erst ein einziges. Und ich hoffe, dass ganz einfach in den einen oder anderen Ländern noch was hinzukommt. Da bin ich ja gerade noch dran. Ich jetzt hier, Dennis, im Vorfeld. Und ich hoffe, dass ich da jetzt die Kontakte knüpfe, dass du es vernünftig umsetzt in der Zukunft. Ja, soziale Projekte. Ich habe wirklich nur das eine gemacht im Samaria. Da war es auch ein bisschen maßlos, was wir damals ja dort noch an Spenden mit reingebracht haben. Das ist dann mein Herzensprojekt geblieben. Ich habe da immer noch den Kontakt mit hin und kriege da teilweise auch wirklich positive Nachrichten auch von dort. Dass zum Beispiel ein Herz-OP von einem kleinen Jungen dabei jetzt geklappt hat. Ich habe das in dem Video angerissen gehabt. Und ich habe danach keine Projekte mehr unterstützt gehabt. Ich habe es auf den Finchis nochmal versucht gehabt. Da hat es dann nicht gepasst. Aber ich bin halt bei einem Projekt dabei geblieben, weil es zum einen extrem viel war, was dort gespendet wurde von mir auch. Und das andere ist, so kann ich den Fokus darauf legen. Und das ist so eine Sache, die ich bei mir zum Herzen trage. Und ich habe tatsächlich einen Gedanken, den habe ich momentan so ein bisschen. Hey, fliegt doch Weihnachten runter und hilft da unten ein bisschen. Ist aber wie gesagt nur ein Gedanke. Ich muss einfach mal gucken, was und wie ich mache. Und vor allem auch einen Kassensturz machen nach der Reise. Und dann mal gucken, was so realistische Möglichkeiten sind. Wie hat sich deine Wahrnehmung verändert in Bezug auf Zeit und Prioritäten, Materialbesitz und Konsum, Luxus und Komfort, aber auch Zeit und Routine im Alltag? Ja, Luxus, Komfort, Zeit, Routine im Alltag. Also ich habe immer versucht, auch zeitliche Routine hier auf der Reise zu haben. 8.20 Uhr hat meistens der Wecker geklingelt. Also wenn ich so ganz normal ohne Checkout dabei war, selbst mit Checkout, weil ich die meistens um 10 Uhr hatte oder auch um 10 Uhr gemacht habe. Dann habe ich meinen Tag verbracht, war meistens dann so gegen 15, 16 Uhr irgendwann hat sich das eingependelt. Zurück in der Unterkunft, einfach weil es dann meistens auch zu heiß war, um ein bisschen einen Cooldown zu haben, mein Daily Posting zu machen. Ihr habt ja gemerkt, dass es dann so ein bisschen durchrotiert ist, je nachdem mit den Zeitzonen, die ich gerade durchflogen habe. Und dann abends, je nachdem, ob ich dann immer unterwegs war oder nicht, dann aber gegen 12 dann so meistens dann auch irgendwie im Bett war. Das war dann immer so die zeitliche Routine, die ich hatte. Jetzt muss ich mal kurz gucken, was war die andere Frage dabei? Ah, Luxus, ja. Genau. Ja, mit Luxus und sowas habe ich vorhin ja schon was gesagt. Also das, was für mich jetzt Luxus ist, das ist Dusche, Bett, Käsebrot und vegetarische Produkte. Das ist das, was für mich Luxus jetzt ist. Und ich werde das wahrscheinlich nochmal bewerten können, wenn ich zu Hause bin, richtig? Und dann den Luxus sehe, den ich dort hatte, habe und das nochmal in Relation setze zu dem, was ich jetzt hier gerade als Luxus empfinde. Das ist definitiv nochmal dann eine spannende Sache auch. Aber wie gesagt, was ich jetzt als Luxus empfinde ist, wenn ich mir vorher gesagt hätte, Buch ein Luxushotel, wäre das irgendwas mit 5 Sterne gewesen, wo es einen Butler-Service gibt und so einen Scheiß. Aber meine Definition von Luxus ist jetzt, dass aus der Dusche vernünftig Warmwasser rauskommt und vernünftiger Druck drauf ist. Und dass ich beim Zähneputzen nicht eine Flasche Wasser dabei haben muss, weil das ist in vielen Ländern leider wirklich, muss so sein, weil kein saubes Trinkwasser da ist. Weiter. Wie problematisch oder praktisch ist es für dich, nur aus einem Rucksack zu leben? Weil ich denke daran, als es vor vier Jahren in Südamerika so weit war und ich mit dem Backpack nur unterwegs war, war es extrem nervig, mal wieder alles aus dem Backpack dabei rauszuholen. Den hatte ich auch gehabt, wo ich mir von oben was rausholen kann. War auch ein Aufgabe-Gepäck. Ich erinnere mich dabei an Chile. Dort bei der Einreise an den Flughäfen, das musste immer wieder alles ausgepackt werden. Die haben wirklich alles dabei gefilzt. Ich habe dann irgendwann, übrigens ein kleiner Lifehack, die Dreckwäsche nach oben gelegt, als sie dann auf dem Tresen lag. Das war dann beim zweiten oder dritten Flughafen. Dort haben sie dann gesagt, pack wieder ein, geh weiter. Kann vielleicht hilfreich sein, weil sie, glaube ich, nicht die stinkende Wäsche so lange auf dem Tresen liegen haben wollen. Aber jetzt habe ich auch einen besseren Rucksack, den ich mit Frontloading nutzen kann. Und erzähl doch mal, wie ist die Erfahrung damit? Alter, du laberst zu viel. Stell einfach die Frage und dann ist ruhig. Okay. So viel musst du jetzt mit mir selbst schmotzen. Ja, mit dem Rucksack bin ich super zurechtgekommen. Ich habe ja meine Packing Cubes und wenn man die einigermaßen strukturiert so einhält, dann geht das auch. Also der ist ziemlich voll. Aus den 8 Kilo sind irgendwie 10 geworden, aber das ist, weil ich mir ein paar Pflegeprodukte manchmal noch geholt habe. Haarschaum, Deo oder irgendwie sowas dann. Deswegen ist man schon ein bisschen mehr geworden, aber es geht echt gut. Und den Rucksack, den ich habe, der ist echt top dafür. Also richtig klasse. Gut, machen wir weiter mit der nächsten Frage. Was war im Gepäck drin, was völlig unnütz für dich war? Was war unnütz im Gepäck? Ja, ich habe dazu schon die Packlisten-Updates gemacht. Da war vor allem bei der Technik ein bisschen was dabei. Also das Mikro, das nutze ich jetzt vor allem jetzt hier nochmal. Dann vielleicht die Kameras, wenn man so gerade startet als Vlogger, sollte man sich überlegen, ob man das alles so mitnehmen möchte in dem Umfang. Also von daher kann man da vielleicht sagen, das war vielleicht ein bisschen zu viel, aber sonst eher Dinge, die zu wenig waren, insbesondere von der Kleidung her. Und abschließend nochmal der Blick nach vorne. Welche Pläne oder Ziele hast du für die Zukunft jetzt basierend auf den Erfahrungen, die du gemacht hast auf der sechsmonatigen Reise? Würdest du es weiter empfehlen, so eine Weltreise zu machen oder Sabbatical ganz allgemein? Oder vielleicht auch komplett auszusteigen, womit du ja momentan gar keine Erfahrung hast und daher auch nicht? Und würdest du selbst so eine Reise nochmals machen oder auch nochmal ein Sabbatical nehmen? Das Ganze ist ja eine Once-in-a-Lifetime-Experience und soll der geilste Moment des Lebens auch werden. Und ich vermute ganz einfach, das wird es. Es steckt so viel Planung drin, es steckt so viel Vorfreude drin. Aber würdest du das nochmal machen, sowas? Das interessiert mich einfach mal. Ja, würde ich es nochmal machen? Natürlich, klar würde ich es nochmal machen. Ich müsste dafür natürlich mal ein bisschen sparen, um das genau nochmal so zu machen, weil es schon extrem teuer war. Es würde ja wahrscheinlich ein bisschen anders aussehen von meinem Arbeitgeber. Der wäre jetzt wahrscheinlich nicht so happy, wenn ich sagen würde, ich möchte gleich nochmal ein halbes Jahr raus. Geht auch gar nicht von den Regularien her. Aber ich kann es nur jedem empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, ich habe es bei meinem Arbeitgeber diese Möglichkeit, so ein Sabbatical zu nehmen. Da bin ich auch echt extrem dankbar dafür. Wenn ihr diese Möglichkeit habt, nutzt es auf alle Fälle und macht so ein Sabbatical. Und wenn nicht, macht irgendwie so eine Weltreise. Schaut, dass ihr es irgendwie hinbekommt und ihr könnt auch in günstigere Länder dabei gehen. Also das klappt auch alles. Akku ist getauscht, der ist auch nicht mehr der Stärkste. Aber machen wir weiter. Komplett zum Schluss bleibt mir noch zu sagen, wie gesagt, ich hoffe, dass du gesund bist. Ich hoffe, dass du auch gesund weiterreisen kannst. Und dass du auch gesund wieder nach Deutschland kommst. Und dass du diese letzten Tage jetzt genießt. Dass du jetzt nicht denkst, naja, ein paar Tage, jetzt ist vermutlich Anfang Juni, wenn du das Video siehst. Jetzt ist es in ein paar Tagen schon vorbei und du wirst wieder in Deutschland sein. Und dann beginnt der Alltag wieder. Nein, freue dich darauf, dass jetzt noch ein paar Ziele vor dir liegen. Und genieße es. Nimm die geilsten Momente mit. Und ich hoffe, dass du diese Fragen, die du jetzt hier beantwortet hast, da nicht komplett noch einmal drehst. Es sei denn, du hast sie negativ beantwortet, wovon ich aber nicht ausgehe. Wenn du jetzt schon fünf Monate unterwegs warst. Und dass du jetzt einfach noch viele geile weitere Erlebnisse hast. Und dann, ja, schließ es einfach gut ab. Viel Spaß. Ja, danke schön. Es ist tatsächlich so, ich habe für mich so eine Exit-Tabelle angelegt, wie auch sonst, wo ich sehe, wie viele Tage sind noch. Und wenn ich diese Tage nach hinten klappe, das ist jetzt gerade dann, glaube ich, mittlerweile schon in Amman. Also mein zweiter Tag in Amman ist so weit entfernt wie der letzte Tag meiner Reise. Und, Moment, mein erster Tag in Amman. Also der zweite Tag beim ersten Mal in Amman so. Und das ist jetzt gerade mal neun Tage her. Also eine Woche. Ich habe noch etwas mehr als eine Woche. Und ich denke mir natürlich schon, gerade weil man jetzt zurück in Europa ist. Die Reise ist eigentlich, die Weltreise ist vorbei. Ich mache jetzt noch eine Europareise. Und ich genieße es trotzdem jetzt hier. Ich werde gleich auch noch ein bisschen noch mal rausgehen jetzt hier. Es läuft ja gerade die Europameisterschaft auf. Mich wieder in eine Sportsbar wahrscheinlich setzen. Da gemütlich mit das Fußballspiel nochmal schauen. Nachher spielt Portugal noch. Und ja, ich genieße die Zeit hier auf alle Fälle. Es ist die geilste Zeit meines Lebens, die ich hier gerade habe. Und wie gesagt, ich kann es nur jedem empfehlen. Ich genieße jetzt meine letzten Tage hier noch von der Reise. Und ich freue mich auch riesig drauf auf das, was jetzt noch kommt. Ich habe ja noch zwei Ziele vor mir. Und danach werde ich nochmal ein bisschen durch Deutschland fahren. Und ein paar Freunde auch nochmal besuchen dann. Und ja, es war eine geile Zeit. Und ich trage das in meinem Herzen, was jetzt alles war. Und ich habe viele Erinnerungen. Ich habe viele Videos, viele Fotos. Und ich werde euch daran definitiv teilhaben lassen. Vor allem mit den Videos. Die Fotos könnt ihr auf Instagram ja sehen. Und folgt mir hier auch auf alle Fälle auch auf YouTube, um die Videos dazu auch zu sehen. Ich hoffe, euch hat das jetzt gefallen hier, meine kleinen Fragen an mich. Ihr könnt ja mal drunter schreiben, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, die euch interessieren. Die greife ich dann gerne auch nochmal mit auf. Die kann ich dann da runter diskutieren. Oder vielleicht gibt es da sonst nochmal ein weiteres Video dazu. Das werde ich dann einfach mal alles sehen, wie sich das entwickelt. Und ich mache jetzt erstmal weiter hier mit dem Genießen meiner Zeit hier vor Ort. Bis dahin. Macht's gut. Bis dahin.